Herzlich Willkommen zu diesem Anleitungsvideo, mega schön, dass du da bist. Heute machen wir eine Wirbelsäulenübung, die unsere ganze Rücken mobilisiert. Also es gibt Vorbeugen, Rückbeugen, Seitneigen und Twists und wir erreichen unseren Rücken von der Lendenwirbelsäule bis hoch zu den Kalswirbelsäulen. Die Übungen können sowohl Rückenschmerzen vorbeugen, als auch bereits bestehende Rückenschmerzen wieder abmildern. Ich werde den Bewegungsablauf dreimal vorzeigen. Zuerst noch ohne Atemführung, einfach das mal ein bisschen reinkommen, vertraut werden mit den Bewegungen und dann auch noch zusammen mit der Atmung. Ganz viel Spass beim Ausprobieren. Wir starten gerade in einer leichten Grätsche, die Füsse nach vorne ausgerichtet. Arme über vorne durch aufnehmen, die Schultern kommen Richtung Ohren und dann ganz bewusst die Schultern absenken. Die Handflächen nach vorne drehen, die Arme leicht öffnen, sanfte Rückbeugen. Die Knie leicht beugen, vorne runter tauchen in eine ganze Vorbeuge. Wenn möglich, berühre deine Finger den Boden. Du kannst für das den Grätschenstand auch breiter machen und oder deine Knie mehr beugen. Die Fingerkuppen von der linken Hand bleiben mit dem Boden verankern, den rechten Arm anheben Richtung Decke, der Blick folgt der Hand. Die rechte Hand wieder zurückbringen, die Fingerkuppen auf den Boden aufstellen, die linke Hand Richtung Decke bringen, der Blick folgt der Hand und den linken Arm wieder absenken. Die Handflächen aneinander legen, die Arme sind gestreckt und dich mit gerade am Rücken und beugt die Knie aufrichten. Sanfte Rückbeugen. Wieder gerade werden. Twist auf die eine Seite, egal auf welche. Die Füsse bleiben gut im Boden verankert, aber der Beckenraum darf sich mitdrehen. Zurück in die Mitte. Drehe auf die andere Seite. Und dann wieder zurück in die Mitte. Seid neigen. Und wieder in die Mitte zurückkommen. Seid neigen auf die andere Seite. Und wieder zurück in die Mitte. Feine Rückbeugen. Und zurückfinden. Die Arme senken. Die Hände voneinander lösen. Und wir verbinden das Ganze noch mit der Atmung. Du kannst eine tiefe, bewusste Einatmung nehmen. Und eine langsame, lösende Ausatmung. Einatmend die Arme anheben, Schultern Richtung Ohren. Ausatmend, Schultern von den Ohren absenken. Einatmend, die Arme leicht öffnen, Handflächen nach vorne, Rückbeugen. Ausatmend, ganze Vorbeugen, Knie leicht beugt. Linke Hand bleibt am Boden. Einatmend, rechten Arm Richtung Decke. Ausatmend, rechten Arm senken. Einatmend, linken Arm Richtung Decke. Ausatmend, Arm senken. Handflächen aneinander. Einatmend, dich aufrichten, inklusive Rückbeugen. Ausatmend, gerade werden. Einatmend, twist auf die eine Seite. Ausatmend, zurück in die Mitte. Einatmend, twist auf die andere Seite. Ausatmend, zurück in die Mitte. Einatmend, seitneigen. Ausatmend, Mitte. Einatmend, seitneigen. Ausatmend, Mitte. Einatmend, rückbeugen. Ausatmend, aufrichten, die Arme senken. Die Hände voneinander lösen. Ein bewusster Zwischenatmzug nehmen. Einatmend, die Arme anheben, Schultern Richtung Ohren. Ausatmend, Schultern von den Ohren absenken. Einatmend, die Arme leicht öffnen, Handflächen nach vorne, rückbeugen. Ausatmend, ganze Vorbeugen, Knie leicht beugt. Einatmend, rechten Arme Richtung Decke. Ausatmend, rechten Arme senken. Einatmend, linken Arme Richtung Decke. Ausatmend, Arme senken. Handflächen aneinander. Einatmend, dich aufrichten, inklusive Rückbeugen. Ausatmend, gerade werden. Einatmend, twist auf die eine Seite. Ausatmend, zurück in die Mitte. Einatmend, twist auf die andere Seite. Ausatmend, zurück in die Mitte. Einatmend, seitneigen. Ausatmend, Mitte. Einatmend, seitneigen. Ausatmend, Mitte. Einatmend, rückbeugen. Ausatmend, aufrichten, die Arme senken. Die Hände voneinander lösen. Danke vielmals fürs dabei sein und mitmachen. Namaste.